Hey! Und los geht's! So, wie ihr seht, ist das Ganze eine Pong-Variante mit Skateboard. Das ist ja ziemlich cool. Hier seht ihr auch, wie lange die Rotphase geht. Und das ist endlich mal ein guter Zeitvertreib, um an Ampeln zu stehen. Und man spielt mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat. Und das ist auch ziemlich cool. Und scheiße! Leider daneben. Und...